Ich bin die Inhaberin dieses Cafés und bin zuständig für das Wohlbefinden unserer Gäste. Mein Name ist Christian Melchert, Koch und Konditor hier im Hause und ich bin für das leibliche Wohl zuständig. Unsere Küche bietet Ihnen regionale und frisch zubereitete Speisen. Wir bieten Ihnen natürlich auch Familienfeiern sowie Partyservice an. Wenn wir Ihre Neugierde geweckt haben, dann besuchen Sie uns doch in unserem Café oder in unserem Biergarten in der malerischen Altstadt. Wir freuen uns auf Sie!